Yo Leute, was geht da? Hier ist KofiChanTV mit One Piece Unlimited World Red Digger. Wir sind immer noch, ähm, A-Liga. Rang 31, es wird immer nerviger und immer bescheuerder. Ich esse mir kurz eine Ware, wo ich suche jetzt. Ich glaube, ich habe schon besuppert alle Figuren. Das sind die letzten zwei. Fuchitora und Don Flamingo. Nehme ich an. Na, wir machen weiter. Mit Shanks. Ich weiß nicht, dass ich die Figuren nebenher alle haben will. Staatliche Kombi. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag her, ab in die Süden. Yeah, wohl, Digger. Hier geht's ab. Scheiß Wolf, greif mich ja nicht an, ey. Scheiß Wolf, greif mich ja nicht an, ey. Ich geh weine. Ja, ich bin der Kugel. Das war's für heute. Ja, er hat zerschnibbelt. Ja, er hat zerschnibbelt. Ja, er hat zerschnibbelt. Ja, er hat zerschnibbelt. Das hat er Sarge trinkt. Ich finde es so heftig, ey. Scheiß Rechtsköder. Ja, aber nur 2,9 Punkte oder so. Auch wenn es erst Bonus ist. Ah, knapp. Das Problem ist, ich will wenigstens die ganze Kacke da abgeschlossen haben. Na, endlich mal ein Wunsch. Dann gucken wir kurz auf Shins lassen. Und machen mit Nico Robin da ein bisschen Party laddie. Oh. 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 Das war's für heute. Naja, so toll war das jetzt von mir. Hey, oh je. Natürlich. Nee, ich wollte auf dich warten. Das ist echt doof mit Robin. Ich hab das eine Eis, was ein bisschen größer war, ausgepackt. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ja. Ja, gerade da, wo du die letzten hin hast. Oder ich hab's auf den Tisch hingelegt. Wart mal. Ja. 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 Das dauert ja ewig. Ja. 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 Was ist das? 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 Ja! Dann können wir hier auch noch ein paar Mal sehen. Dann können wir die Monster rein! Dann können wir die Monster rein! Ach! Oh! 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 Ach! Egal! Jetzt habe ich gerade was! Sorry! Ja! 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 Wadden Sie sich? Ja! 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 Ein Dino? Okay, Dino hatte ich jetzt auch noch nicht Wie geht's das? Okay, Dino! Okay, Dino! Okay, Dino! Okay, Dino! Okay, Dino! Okay, Dino! Ein Dino! Dino! Ja. der Dino schluckt ein bisschen für mich Yo, coole Sache Ich muss ich gerade was lesen Ja, 17 punkte brauche ich noch 17 punkte, das kann ja ewig noch dauern Gibt es ein spezial? Ne, jetzt gibt es wohl keine speziale mehr Wunschkack Gut, das kann man jetzt auch noch machen Natürlich ist das Kacke die ganze Zeit denselben Scheiß zu machen, aber Ich wie gesagt, ich wäre nicht ich, wenn ich die ganze Kacke nicht aufnehmen würde Dann tun wir jetzt mal Bosskämpfe machen Aber wir machen das mit Ace und Whitebeard Weil wahrscheinlich kommt in dieser Zeit dann Akainu Und ich kann den dann besiegen Also gehen wir mal zum Bosssturm Ace und Shinbei Wahrscheinlich kommt der in der Zeit, wer weiß, man weiß nie Auf jeden Fall, Chickbang ist hier Just die enfin, wenn ich meine Sch Votemaschlossen habe Das ist wert, Herr Gratul Rainer Du bist stinks In dem Venezien Die Ein Bossgegner ist platt. Nicht Robluce. Nicht Robluce. Naja, weil's doch leicht ist. Naja, weil's doch nicht so gut. Wow, noch kriege ich hab da. Nein, Mann! Nein, Mann! Alter, ey, jetzt geht es echt auf den Rutsch. Hallo, ich bin ein Bind. Hey, Jinbei hat fast so auf die Fresse gekriegt und das gibt's gar nicht. Das ist der letzte Kampf, ey. Noch gegen Robin, ey. Noch gegen den Idioten. Na toll. Äh, okay. Äh, das meine ich. Ah, dann kann man doch den Hurensohn noch freischalten, ne. Dann lassen wir ihn erst mal ein bisschen ausbluten, ne. Und Ace besiegt ihn dann. Aber wenigstens hat er hoffentlich Ace ihn besiegt. Das ist auch gut, wenigstens. Wenn Ace ihn besiegt hat, dann ist es klasse. Dann freue ich mich. Vielleicht können wir immer unserem Ziel immer ein bisschen näher. Egal, ich hab keine Allah. Ey, das geht über nix jetzt. Jetzt geht's in der Rauferei mit dem... Jetzt geht's ab in der Rauferei. Jawohl, Digga. Oh, jawohl, Alter. Jawohl. Oh, jetzt wird die Party... Jetzt wird die Rütte gerockt, ey. Mit Akaino, ey. Boah, jetzt geh ich schon Gänsehaut, ey. Oh. Legendenkampf. Warum konnte ich mich unter dir... Darum habe ich mich unter dir gekämpft und darum konnte ich... Also, als ich verloren. Darum habe ich mich unter dir. Das war's für mich. Das war's für mich. Kacke. Ach man, so knapp. Ah man. Kacke. Kacke. Ach mann. Kacke. Das war's für heute. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 So in der Art haben wir es geschafft. Auch wenn es ein bisschen jetzt gedauert hat, es sind schließlich 8, Alter 8, wir haben ein paar fertige. Aber hier machen wir kurz einen Schnitt rein und sehen uns gleich im Moment. So in der Art haben wir es geschafft.